Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Sorry, dass der Ton heute leider ein bisschen schlechter ist als sonst, aber mein Mikrofon hat gerade eine Macke und ich habe noch nicht rausgefunden, was daran jetzt genau kaputt ist, ob das Kabel oder das Mikrofon und so. Ich hoffe, es wird sich demnächst beheben. Ja, der zweite Punkt vorab ist, dass ich heute vor einem anderen Hintergrund stehe als sonst. Das heißt, das ist einfach die gegenüberliegende Seite von der Wand, vor der ich normalerweise stehe, also da ist die türkise Wand mit dem Bücherregal. Dann würde ich sagen, was ist mit den Infos vorab? Und wir fangen an mit dem eigentlichen Video. Dieses Video ist die zweite Version des Videos, Dinge, die jeder kennt. Die erste Situation, die wirklich jeder kennen sollte, zumindest kenne ich sie, zur Genüge ist, wenn dein Bein beim Schlafen irgendwie an der Seite vom Bett so ein bisschen runterfällt, aber eigentlich ist das gar nicht schlimm, aber sich das irgendwie so mit dem Traum verknüpft, dass du aufzuckst und... Als zweites präsentiere ich euch heute den größten Fail der heutigen Jugend. Man sitzt einfach friedlich am PC, macht irgendeine Scheiße und plötzlich denkt man sich, schon zwölf Uhr nachts. Ich sollte ins Bett gehen. Und zwei Minuten später liegt man im Bett. Mit dem Handy in der Hand. Bei mir persönlich ist das jetzt nicht so krass, wie ich es dargestellt habe. Es ist halt aber so, ich lebe da nochmal zwei Minuten mit dem Handy im Bett. Meistens lese ich dann noch ein bisschen und dann schlafe ich auch schon. Die nächste Situation, die bestimmt jeder kennt, ist diese. Ihr schaut einen Film an, den ihr schon x-mal gesehen habt, also schon fast in- und auswendig kennt. Und natürlich auch die Szenen, bei denen man sich beim ersten Mal erschreckt, kennt ihr schon. Aber ihr denkt euch dann, ja, ich weiß, was gleich passiert. Deswegen erschrecke ich mich diesmal nicht. So, ja, ja, mach das, mach das. Ja, ja, ich weiß, was gleich passiert. Ja, ja, mach weiter. Das war bei mir vor allem mal diese eine Szene bei Harry Potter 6 mit den Inferi, wo dann plötzlich diese Hand aus dem See kommt von diesem einen Inferi, oder wie die heißen. Oder ihr kennt das, ihr schlaft friedlich, schlummernd, ordentlich, schlaft ihr im Bett ein. Und am nächsten Tag wacht ihr in den verkrümpften Stellungen, Kopf vom Bett hängend und Decke sonst wo im Zimmer verteilt, auf. Die fünfte Situation, die ich euch heute vorstelle, ist diese, die zumindest jeder Jugendliche, der ein Smartphone besitzt, kennen sollte. Die verzweifelte Suche nach mobilem Netz. Ich glaube, viel mehr muss ich dazu auch gar nicht sagen, oder? Nächster Punkt. Und ich glaube nämlich auch, dass so ziemlich jeder, der ein Smartphone besitzt, zumindest wenigstens ein, zwei oder drei Spiele auf diesem Handy hat. Ihr spielt also dieses Spiel und wollt es nochmal spielen. Und genau in dem Moment, in dem ihr auf den nochmal-Button klicken wollt, plop, plötzlich eine Werbung auf und zack, tippt ihr auf die Werbung drauf. Und dann könnt ihr vielleicht gerade noch euren Finger zurückziehen und nicht auf die Werbung klicken. Und dann befindet sich ganz oben links oder ganz oben rechts, ganz winzig klein in der Ecke, ein kleines Kreuz, mit dem ihr die Werbung schließen könnt. Dieses Kreuz ist allerdings so klein, dass ihr es nicht mal mit einer Stecknadel so berühren könntet, ohne auf die Werbung zu klicken. Okay, das mit der Stecknadel war ein bisschen übertrieben, aber es ist einfach verdammt klein. Der nächste Punkt ist der. Ihr liegt im Bett und wollt endlich euren wohlverdienten Schlaf kriegen, aber kriegt ihn einfach nicht, weil alle zwei Sekunden euer Handy bing, 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 bing. Na gut, werdet ihr sagen, dann mach ich das Handy eben einfach raus oder mach zumindest in Flugmodus oder lautlos an. Aber nee, nee, was wäre, wenn irgendeine wichtige Nachricht kommt, die ihr wirklich lesen müsst? Ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Der letzte Punkt für heute ist der. Ihr habt ein Problem am PC oder was weiß ich wo und dann habt ihr den Geistesblitz des Jahrtausends. Oh Gott, ich weiß, woran es liegt. So, jetzt probieren wir es aus. Jetzt müsste es ja wieder gehen. Es geht immer noch nicht. Das war es auch schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung oder ein Abo freuen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr diese Situationen alle kennt und was ihr sonst noch so für nervige Situationen, die jeder kennt, kennt. Und dann würde ich sagen, sieht man sich im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.